Ein demokratischer Gesetzgeber hat als erster öffentlich dazu aufgerufen, dass Präsident Joe Biden von seiner Kandidatur zurücktritt, und erklärte, dass Bidens Auftritt in der Debatte gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump nicht ausreichte, um viele seiner Errungenschaften zu verteidigen. Der texanische Abgeordnete Lloyd Doggett erklärte am Dienstag in einer Stellungnahme, dass Präsident Biden die schmerzhafte und schwierige Entscheidung treffen müsse, zurückzutreten. Meine Entscheidung, diese starken Vorbehalte öffentlich zu äußern, wurde nicht leichtfertig getroffen und schmälert nicht meinen Respekt vor allem, was Präsident Biden erreicht hat, sagte Doggett. Angesichts dessen, dass Präsident Biden im Gegensatz zu Trump stets das Wohl unseres Landes über das eigene gestellt hat, hoffe ich, dass er die schmerzhafte und schwierige Entscheidung treffen wird, zurückzutreten. Ich rufe ihn respektvoll dazu auf, dies zu tun. Doggett vertritt einen Bezirk in Austin, Texas, und ist seit 15 Amtszeiten im US-Kongress tätig. Er ist der erste Gesetzgeber seiner Partei, der öffentlich äußert, was seit der Fernsehdebatte in der vergangenen Woche hinter den Kulissen leise gesagt wird. Bidens Auftritt löste sofort Panik selbst bei seinen stärksten Unterstützern aus und warf viele Fragen auf, ob der 81-jährige Politiker der stärkste demokratische Kandidat ist, der sich im November dem voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei, dem ehemaligen Präsidenten Trump stellen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020